Moin Leute, willkommen in Buderland. Wie ihr sehen könnt, ich nehme gerade Videos auf mit zwei Handys. Hier auf der einen Seite habe ich das LG G6. Auf der anderen Seite habe ich ein iPhone 7 als Referenz. Und jetzt laufe ich mal durch meine Wohnung, um mal so ein paar verschiedene Szenarien wiederzugeben und wieder so die Kameras reagieren. Ich habe jetzt das LG G6 schon eine Weile im Einsatz. Ich muss sagen, ich bin prinzipiell sehr zufrieden mit der Kamera. Aber es gibt gerade bei der Selfie-Kamera doch so ein paar Sachen, die mich ein bisschen stören. Also gerade bei dunklen Lichtverhältnissen, da ist das Rauschen natürlich stärker. Ihr seht, da macht insgesamt so das iPhone 7, ich sage es mal, die helleren Bilder. Aufnehmen tue ich gerade in Full HD in 60 FPS. Und werde dann versuchen, mal so diese Bilder nebeneinander zu legen. Also auf jeden Fall sind das, sage ich mal, Aufnahmen. Und wenn man da jammert, dann ist das Jammern auf hohem Niveau. Wo ich manchmal das Gefühl hatte, die Kamera macht nicht so ganz das, was sie sollte, ist, wenn man relativ schnell von hell in dunkel geht. Da funktioniert das manchmal nicht ganz so gut. Aber wie gesagt, insgesamt eigentlich gute Videoaufnahmen, auch die Tonqualität. Also gerade eben habt ihr den Ton, sage ich mal, vom LG G6 in ihr hört. Ich habe hier kein gesammeltes Mikro. Und das funktioniert schon. Wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ist, sage ich mal, dieser optische Bildstabilisierer. Da habe ich jetzt ein paar Aufnahmen gemacht, als ich draußen war. Und das hat mir eigentlich nicht so wirklich gefallen. Ich hoffe, das kann man nachher mal schön nebeneinander legen und immerhin in den Vergleich halt. Also wie gesagt, das sind jetzt gerade die Aufnahmen mit der Hauptkamera. 13 Megapixel. Und ich habe den Wide Angle ausgefeilt. Das ist die normale Sicht. Und hier ist das Here's Where the Magic Happens. Das Chaos im Bula-Land. Und ihr seht, die Lichtverhältnisse sind jetzt schon ein bisschen schlechter, dadurch, dass der Roller unten ist. Ansonsten, ich zappel jetzt mal ein bisschen ab, hoch und runter. Und dann gucken wir mal, wie das Bild sich so verändert. Aber prinzipiell macht die Kamera wirklich gute Aufnahmen. So, und jetzt switche ich mal auf die Frontkamera dranbleiben. So, da sind wir jetzt wieder. Und ich sehe allein im direkten Vergleich, hier auf der einen Seite habe ich mein iPhone und da sehen die Bilder schon um einiges besser aus. Also mit der Frontkamera, da hat sich LG definitiv ein Fauxpas geleistet, weil die sieht aus wie so ein... Also ich meine, sie macht Bilder, die in Ordnung sind, aber sie macht auch teilweise sehr unscharfe Bilder und so. Und das finde ich ein wenig schade. Und sie passt, sage ich mal, nicht zu dem sonstigen Paket, das man hier mit dem LG G6 kriegt. Ich laufe mal weiter durch die Wohnung. Und dann sehen wir mal weiter. Die Bilder kommen einem ein bisschen verwaschen, verschwommen vor. Und das ist echt schade, weil man ansonsten eigentlich ganz gute Bilder mitmachen kann. Und ihr seht jetzt, wir sind jetzt hier wieder im Büro drinne und sofort fängt das Rauschen an. Und da ist beispielsweise im Vergleich hier auf dem iPhone ist da noch weit und breit kein Rauschen, aber im LG definitiv schon. Ja, also das ist auch so eine Sache, wo ich auch sage, das LG G6 taugt für mich jetzt überhaupt nicht so als Vlog-Kamera, weil dafür ist diese Front-Kamera doch zu schlecht. Das ist echt schade. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Und auch nicht über den Winkel wundern, die Front-Kamera vom LG ist jetzt natürlich oben und die vom iPhone ist unten. Also das sollte man jetzt nicht zu sehr beachten. Aber mich graust es dann schon, wenn ich hier das Bild selber sehe. Und das ist echt schade. Aber ansonsten, naja, also für eine kurze Videotelefonie per Skype und WhatsApp reicht es, aber man sollte da keine Wunder erwarten. Und ein Selfie sollte man damit schon gar nicht machen, weil damit wird man keinen Spaß haben. Das sieht auf dem iPhone 7, selbst wenn es jetzt schon fast ein Jahr alt ist, auf jeden Fall besser aus als beim LG G6. Da, das muss sich LG einfach gefallen lassen. Ja, an der Stelle höre ich jetzt einfach mal auf. Das war jetzt einfach mal so ein kurzes Vergleichsvideo. Prinzipiell gute Kamera von LG, Front-Kamera, da muss man eher nicht so drüber reden. Und man kann sie gebrauchen, aber es ist definitiv kein Alleinstellungsmerkmal. Und an der Stelle höre ich jetzt einfach mal auf. Viel Spaß fürs Reinschauen. Und wenn es von eurer Seite Anmerkungen gibt, was ihr demnächst mal sehen wollt, über das LG G6 oder andere Geräte, einfach Bescheid sagen. Ich bin mich momentan ein bisschen knapp bei Zeit und muss mir gerade überlegen, was denn so diese nächsten Themen für Videos sind. Euch noch einen schönen Sonntag. Bis die Tage. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.